so jetzt machen wir gleich mal an ok leute hier ist jetzt der kleiner und ja jetzt stelle ich euch erst mal hier hin und dann putz ich hin und dann geht es auch schon gleich los so leute ich grüße einmal die nora und jasmins welt und die grüße ich ganz doll und jetzt putze ich ihn mal und jetzt geht es weiter ja Jetzt grüßt es wieder jemand und und ich grüße einmal Leonie Pferdelorf und Schleich 150. Ich stöße die beiden und... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch Heike Gast Ich grüße die drei und ja, jetzt leiten wir auch mal los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Leute, die kommt jetzt vielleicht ein paar Mal vor. Ja Leute, die kommt jetzt wieder. Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, jetzt grüße ich noch zwei Leute. Und einmal ist es die Lisa. Und dann grüße ich noch Bruno-Schleich-Hobbyhof. Diese zwei grüße ich. Und ja Leute, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018